Ah, hallo Sir, ja, you know what's happened, Sir? No, I have no idea. I find these two girls smoking in the toilet, Sir. Was, diese beiden Gören rauchend in der Toilette? Was fällt euch ein? Also, das können wir nicht billigen, Herr Kollege, oder? Was macht man denn mit denen? Wie ist die übliche Strafe für Rauchen auf den Toiletten? You should speak to me in English. Ah, yeah, sorry. What, what is normally the, you know, what you're doing when you... Okay, Sir. I'll show you, Sir. Yeah. This way, Sir. Ah, I understand. Hose auf! Yes, Sir.